Okay, dann habe ich Spawns an, beginnt mit A7, G7, H7, D9. C7 x 11, Fis-Mol, 11 in dem Fall, E-Mol, 9 in dem Fall, und Bmaj x 11. Das Fis und das E kannst du auch da spielen. Und Bmaj x 11. Also, jetzt der Rhythmus. Das ist eigentlich ein Sechsvierteltakt, den man aber durch ein Vierviertel aktivitieren kann. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so geht der Rhythmus, der schwankt immer zwischen diesen beiden Rhythmen, also Metren. Zeitlope. Bisschen, oder? Ok, das wird ein Rhythmus. Die Akkorde A7, G7, 2x, Hm, Dm9, C7 39, B Major. Die Akkorde, A7, G7, G8, G7, G8, G9, C7, Hm, Dm9, C7. Das kann ich mit dem K okay aus K. Das geht an. N интерart送 PC W7. Dann geht es mal um K. Dann kommt dann an. W7, 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 W8, W7, 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 W8, W7, 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 W8, W7, W7, W7... Dann kommt dann an. Dann kommt der K. Dann kommt der K. A-Mol, D-Mol, Cis, Fis-Mol, sieben, E-Mol, sieben, B-Major, Kreuz 11. B der ist G-Mol, B-Major, ich würde sagen Major 6-9 gerne, aber der ist auch okay. A-Mol, G-Mol, B-Major, H-Mol sind wir 5, oder H-Mol 11, B-Sieben-Kreuz 11. So, das sind die Chords. Die Form steht da, 1er Haus hat 2 Datte, B-Major, Kreuz 11, 2er Haus hat immer 4 Datte. Die Melodie geht so, das sind hauptsächlich Arpeggios am Anfang, und zwar A-Dur und G-Dur. Die Melodie geht so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich den Kernteil, ich mache es noch einmal. A-Dur, A-Dur, G-Dur, A-Dur, G-Dur, jetzt wechselst. Und dann, H-Mol, D-Mol, und vor allem wenn da ein Fis drin ist in D-Mol, das funktioniert aber. Jetzt kommt der übermäßig jetzt alle um. Fis-Mol, Fis-Mol 7, E-Mol 7, B-Major, Kreuz 11. Oder A-Teil, der B-Teil geht. Improvisation. Das Improvisieren. Das Thema ist eigentlich, eigentlich. Und dann noch einmal. Jetzt einmal. Und was ich mache damit ist. Mit einem A-Teil. Das ist wieder an, H-Mol 7 für einen Fis-Mol. Und mit einem A bin ich wieder Dº. Musik Das war's Thema. Das war's Thema.